Hallo! Oh, da steht was! Ich bin da! Du bist da! Sehr gut! Keine Ahnung, was das ist! Wir tun's mit! Reifen! Ja, ich bin ja wirklich hier rein! Sehr gut! Keine Ahnung, wo wir hier wissen! Fang schon mit wieder! Oh! Das Fahrzeug ist endlich von dir! Oh! Oh! Da ist irgendwo einer! Warte, was war das jetzt beim Ding, hast du gesagt? Beim Schützenpanzer habe ich... Du hast noch Visier drin gehabt, oder weißt? Ja! Nein, nicht! Dann war es bei dem BTR oder... oder... SCR schüttet die ganze Zeit! Wettlich in deiner jetzigen Position Es ist mein TLG! Fuck! Wann habe ich nur da Visier! Mit meinen letzten... Granaden anscheinend! Wow, da sind wir von viel unten! Bei C! Ich glaube, C ist das unter der Schüssel... Ja, genau! Ja! Ja, da geht's viel ab, he! Okay! Ähm, da nehme ich aber Sturmsitats! Das ist... Ach, scheiß drauf! Aufklärerei! Was hat... Dann kann er dir... Aufklär... Ach, scheiß drauf! Scheiß auf dem Aufklärer, ey! Best in deiner Position ist ein feindliches Fahrzeug! Was hat's denn? Was steht da da? Schreckt meine zu! Welches Einsatzziel haben wir? Ich weiß, was ist das vielleicht drauf? Ich hab nichts getroffen, ey! Nichts! Aber bin ich schlecht, ey! Das sind voll die... Feindler unten und so... Irgendwas snapp, die da grad ziemlich hart war! Einfach da drüben! Wir haben ein Einsatzziel Bravo erobert! Wieso stirbt der nicht?! Jawohl, ich hab ihn erwischt! Ja, danke! So, Anker noch nenne ich da! Ich weiß nicht, das ist der Ding von der M2 an 41, das geht ziemlich gut berechnen, oder? Okay! Jawohl, da hab ich jetzt auch so gewischt, ey! Fuck yeah! Und zieh' ich mich grad ein! Oh, ich brauche doch ein bisschen Hilfe, oder so! Ja, ich bin nur hinter dir! Okay! Ja, besser da die... die Kontakt... äh... ...Kronaden... also... Die, 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 die... Stirb... ...tirb stirb... ...Tirb... Scheisse! Ah wirklich! Die äh... Au! 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 Da kann man schon wieder runterfahren... Äh... Und B? Ja. Äh... Ja! Ganz genau! Mhm! Mikrofon ist back! Der teilweise... Äh... Was ist das wohl im Monado packt? Die... Die Wildcamps... Da waren nicht die Typen sehr geil... Die bewegen sich teilweise gar nicht gleich und so... Hänger blieb in die Animationen und so... Ja... Stimmt... Hm... Das blieb mir mal... Woher wir mal folgendes... Ich kann ja da auch einen Karabiner nehmen... Beim Versorger... Weil... Aber nicht wie Versorger spielt und dann kriege ja trotzdem die... Die MGs dazu da... Hm... Äh... Na das die MGs dazu zu kriegst, muss man mit dem G-Spül... Okay... Egal wie viel Spaß! Das ist jetzt eben ein bisschen anders... So legt zu! Leck mich doch! Von hinten schon wieder bloß! Was? Ja... Leck mich von hinten! Pfff... Bist du gar nicht am liebbeschiss... Ja dann warte mir dann stehe ich aber wieder um auf... Ah... Lädt im G-D-Amos... Okay... Da kann ich sogar was ändern was... Ähm... So... Offenen Kreis hat... Ah... Nein... 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 Da hört mal ja was rennen... Also wenn wir schon doch... aber das ist ein blödes geschützt von beiden das hat mich erschockbar für ihn gefackt irgendwas schießt mich auch versteckt ihn wieder da hinterher ausgestiegen ist keiner, da kommen zwei Jeeps jetzt anhoffen wo schießt denn der saft, ich komme von unten schon oh was ich komme schon von unten unten waren sie alles gerade auf der Stiefallstelle auch nach oben verdammt ich schätze mal das war der Klingel ne Klingel ja, ich glaube schon das hast du nicht gehört Klingel, hast du gemacht ja, mutest du hier kürzen ne komm, wir werden ja alleine weg auf oder nicht muten so ich nehme da jetzt mal den Hubschrauber da ich schätze das oh ne, ich bin auch einer sitzen das ist gut da sitzen die ja der ist fleschi oh Gott da ist ein feindlicher Panzerjäger nördlich deine Stellung wir haben die Kontrollen bei Einsatzziel Bravo ja verdammt verdammt da scheiße wo sind die ganzen Wichser da sind die ganzen Wichser nein, ich triff nicht mehr Waffen auch überhaupt nichts für der scheiße ich bin irgendwie alles gerade in den Arsch ja voll die ficken uns da ganz schön ja ja dann werden wir den vielleicht von B probieren ja ich bin schon wieder obwohl da der Jet in das Haus ja nicht rauscht ist oh, du kannst sie eh markieren dass ich fahrt aber ich hab mir gedacht, ich hab da gerade wohin gesehen ich bin schwarz, sie nein stimmt ich hab da feindlich den Helikopter genau östlich von dir gesichtet super ich bin nur wieder fürs zu ärger und kommen wir wieder zu nix Achtung Einsatzziel Alpha wurde erobert ich bin gerade oben drauf gell jawohl, jetzt gehe ich halt uns oder ist schon wieder Bandsonten ne voll Einsatzziel Delta ist verloren der fucker da schütter, 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 schütter wie hast du schon hier klasse, wie au Kamera hochjupfen Kamera hochjupfen Kamera hochjupfen du hast ja gerade in der mitten durchgehupft, du weißt ja dann komme ich schon hoch in der mitten verdammt da oben FVD kann man so hoch, glaube ich äh, ich glaube die kommen von eh, äh, glaube ich keine Ahnung ihr geht weit von überall hohe ok, stimmt, sie kommen von von dir aber äh, kräuter rüber du trottel da sie kommen von dir verdammt dann ihr löser um mich h h h u u u u Oh, zur Hölle. Die Penner. Gerne, oder? Äh, der von mir dir, oder? Verdammt, du Hohen. Ah, da kann man aufsicht rein. Okay, jetzt wird es dieser. Da ist ein feindlicher Schärfschützer, dort nicht in der Stelle. Alles gearscht. Ich bin gerade Richtung D unterwegs. Oh, da ist einmal Zeit von mir. Managierst du nicht, weil sonst glaube ich, oh, das Helikopter. Ich bin hinter dir. Okay. Anscheinend ist genau westlich deiner Position ein feindliches Fahrzeug im Einsatz. Oh. Wo? Wo? Da tut leid, ich habe noch nicht gedreht. In die rechts, runter. Oh, fuck. Das ist nicht mehr. Ja, das hat mir gerade durchscht. Ich bewege mich ein wenig schneller. Ja, nein. Wo der Typ ist, ob er noch ist. Da war einer. Aber da in die Richtung, wo ich gegangen bin, ist es eine kleine Hullzitte mit einem Hügel und da ist ein Püro-Typ rum. Da ist der Püro-Typ rum. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Ja. Da kommt er. Da kommt vierer zu mir. Zu dir. Pass auf hinter dir. natürlich wieder auf der anderen Seite äh ja und jetzt so eh oder ja wie das geschehen ist aber da sind sie auch schon wieder die Typen Alter verdammte Scheiße jetzt stier wir mal nun mal aber doch mal da ja Prozent die ist in die und zu dir die die ich bin so viel war es nicht so wie bei wie bei 1 und 3 ich kann uns eh schon in den schönen Hügel rumwerden ah fuck is a boah, ne ist dein Bart Rückzug verdammt spring jetzt da drüber du Idiot, Alter mei, sagt der Soldat ok, jetzt wissen wir, die sagen, der Lode ja nicht mehr, sondern kann man nicht springen wir haben gerade Einsatzziel bravo neutralisiert boah, ich werde auch nicht so schwere Geburt sein mit dem Treffen das sind die mehrere ja, ein ganzer Haufen ganzer Barschvoll das sind nur so die Sachen, was die nerven, Alter jetzt bist du ja drum nicht drüber gekommen, der erste, als ich gebrannt habe das ist ein feindlicher Panzer ok, ich probiere das jetzt nicht mehr wenn ich es nachlaute jetzt gehts jetzt können wir steigen, wenn ich es nachlaute jetzt gehts ja, wieso? ich sehe noch nie das ist das ist wie ich bin ich ich bin der unbombo alle drüben ist er das ist ein feld feldig ist gebastet das Fahrzeug, au! ah da kommt der Panzer das hat viel, viel ... du wixbieren öh hämm er seitdem ist er im war 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 hat war 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 anwesend aber dann getötet und sind so hinterfotzig fack was zuhörner hinter mir das ist ein das wurde seitens ist wie ein scheiß wussl wussl der Messe mit Taktik umstellen sie können irgendwo schon einmal so richtig aber wie es ist die Ecke noch machen jetzt trifft schau endlich Oh Gott, jetzt werde ich natürlich wieder von anderen Seiten erschossen, aber wenigstens habe ich noch einen mitgerissen. Pure Verzweiflung. Schon irgendwie. Ja, endlich habe ich mich noch gebraucht! Ah, jetzt will ich ein Verbot sein, griff wahrscheinlich! Ah, da ist einer! Nein, das ist gar nicht ganz los! Ah, da geht es überhaupt! Ich sehe nichts mehr. Es sind nur noch Feinde! Ah, da sind nur mehr Feinde! Scheiße, diese Arsch-volle Feinde! Schauen Sie uns mal an! Direkt bei C unten! Direkt an der Fahne! Oh, ich weiß! Hinter dir! Ich bin nur voll auf, Alter! Alter, das ist so eine 7, 8 oder so! Ja, viel krasser, oder? Ich weiß nicht, was du weißt, was du aneinander immer mehr da! Ich stehe da noch schreckt bei! Ich stehe da verfickter Panzer noch vorne, oder? Wo? Wo? In Richtung? Ja, Richtung, Richtung A! So ein bescheuertes Fahrzeug steht da! Ja, ich sehe da wie im Fass. Ja, so wird sie sich gleich vorbei. Dann Führer! Ja! Ah, fuck! Ganz so lange ist es vorbei, Alter! Was für eine Scheiße! Ich weiß nicht, die Karte ist so komisch. Entweder verliert man oder loost man davon, Alter! Na ja, Scheiß drauf!